Soweit heute Express. Weiter geht's mit dem Wetter. Und das hat Benjamin Stübe für uns. Bis später. Donnerwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von bett1.de. Vielen Dank, Maja. Und guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum MoMA-Wetter am Dienstag. Und der Tag gestern, der ist für viele noch mal sehr entspannt zu Ende gegangen. Peter Wetzel schickt uns diesen Eindruck vom Bodensee, der Sonnenuntergang. Vielen Dank dafür. Und gestern war es ungewöhnlich mild für November-Verhältnisse. Höchste gemessene Temperatur 23,9 Grad in Worms. Aber mit dieser milden Luft ist es jetzt mehr und mehr vorbei. Zu diesen Aussichten. Mehr Informationen zum Wettergeschehen gibt es in einer halben Stunde wieder im Morgenmagazin. Oder gerne auch immer im Internet. Besuchen Sie uns auf wetter.zdf.de. Und kommen Sie jetzt gut in den Dienstag. Donnerwetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von bett1.de. 2 CDE ADO Bis zum nächsten Mal.